Liebe Gasteiner, liebe Gasteinerinnen, wir machen am 12. und am 13. August eine elektronische Party auf der Bellevue, am Tag, an unserem Biotop, am Abend in der Alm. Ich verwöhne euch mit coolen Drinks, einer Melonenbowle. Wir haben frisch gezapftes Bier und ja, bringt viel Durst, viel gute Laune und viel Hunger mit. Genau, also wir wollen einfach mal in Gastein was Neues probieren, dass wir im Sommer einfach mal so was auf die Beine stellen. Wir hoffen, dass viele von euch zu uns kommen. Meine Frau ist für die Drinks zuständig, ich fürs Essen. Ja und was man nicht vergessen darf, wenn ihr einen Shuttle benötigt vom Lift unten aus, ruft uns einfach an und wir werden schauen, dass wir euch von unten abholen und auch irgendwie wieder nach Hause bringen. Also zum Lift, wohlbemerkt, nicht nach Hause. Und wir hoffen einfach, dass es euch gefällt und auch schmeckt. Bis bald, auf der Alm. So, ruhig. Ja, danke. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.